Ich bin 25 Jahre alt. Ich wohne in Norwegen. Ich liebe Musik. Und Astrid's mehr Platz ist das neue Aschenbrödel. Mehr als 500.000 Besucher hat sie schon in die norwegischen Kinos gelockt. So sieht man sich wieder. Nun gibt es die Neuverfilmung auch bei einem deutschen Streaming-Dienst. Astrid's mehr Platz erzählt dem Filmexperten Peter Beddys, welches ihr persönliches Lieblingsmärchen ist. Es klingt vielleicht lustig, aber ich liebe wirklich 3 Haselnüsse für Aschenbrödel, den Originalfilm. Seit ich ein kleines Mädchen war, ist er einer meiner Lieblingsfilme. Aschenbrödel war mein Vorbild damals und auch noch heute. Der Film ist einmalig. Die Neuverfilmung orientiert sich stark am Original von 1973. Filmideen und teilweise ganze Dialoge wurden übernommen. Was ist denn das? Doch nicht etwa eine Einladung? Zum Ball? Wir wollen den Film ja nicht ersetzen. Wir sind mit großem Respekt an die Sache rangegangen. Du musst so einem Projekt wirklich mit Demut begegnen. In Norwegen ist Astrid Smeblas ein Star. Als Sängerin Astrid S. ist sie unglaublich erfolgreich, bekommt regelmäßig Platinauszeichnungen. Nun spielt sie ihre erste Filmrolle. Eine toughe junge Frau, die reiten und Bogenschießen kann. Beide Sachen, die Astrid Smeblas erst lernen musste. Ich hatte am Anfang wirklich Angst vor Pferden. Das dauerte also eine Weile, bis ich die Pferde verstanden habe und reiten gelernt habe. Vier Monate haben Cengiz, der den Prinz spielt, und ich geübt. Ein großer Zauber geht in der Originalversion von der Filmmusik aus. Die wurde nun nicht übernommen. Es gibt eine neue und es gibt einen Filmsong, gesungen von der Hauptdarstellerin. Ich habe gefragt, ob ich einen Song für den Film schreiben darf und sie haben ja gesagt. Das macht mich sehr glücklich. Vielleicht gibt es dieses Lied schon bald auf Deutsch. Astrid Smeblas paukt schon mal fleißig deutsche Vokabeln. Wer letztlich die Herzen der Zuschauer erreicht, das Aschenbrödel im Original oder in der Neuverfilmung, vielleicht muss man sich ja gar nicht entscheiden. Natürlich hat man Libuja Safrancova irgendwie. Wir tragen sie alle im Herzen und sie guckt von der Wolke darunter und sagt, Freunde, ihr sprecht mir aus dem Herzen, ihr habt das richtig toll gemacht. Ein Tipp vom Filmexperten, Aschenbrödel im Doppelpack. Erst die Version mit Libuja Safrancova und dann die neue mit Astrid Smeblas.